Das ist das Archiv. Das Archiv ist unter dem Geröll der Akademie vergraben. Es wird nicht lange dauern, bis die Gefallenen alles abgetragen haben. Wir sollten es finden, bevor sie uns zuvorkommen. Hallöchen, wir spielen heute wieder Destiny. Ja, letzte Folge hatten wir schon die Mission hier nachschauen gespielt. Jetzt spielen wir die hier davor, damit ihr checkt, warum wir jetzt die Gefallenen tatsächlich angegriffen haben. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Archiv, schauen mal, bis die Gefallenen da verschwinden. Und, ähm, ja, also es geht halt eben darum, dass es ein Archiv gibt, weil das ganze Wissen von diesen Kryptarchen gespeichert ist. Und die Gefallenen wollen sich das jetzt unter Nagel reißen und wir müssen das sozusagen verhindern. Weil wir sind ja die Guten und die Guten helfen natürlich. Deswegen schauen wir mal, ob wir alles so wie es sein soll erfüllen können. Ich schätze mal natürlich schon, dass wir sowas machen können. So, äh, ich schätze mal, hier sind irgendwo Gefallene, da. So, ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen einspielen, weil ich habe jetzt wieder ein bisschen länger nicht gespielt. So. So, jetzt gibt es einen Hüttruf. So, einmal bitte kurz hier drunter verstecken. So, haben wir die Sons noch gemacht? Äh, nur noch ihn hier und ihn hier. So, jetzt musst du eigentlich ready sein. Ja. So, dann machen wir mal schauen, wo das Archiv ist. Ich schalte das mal hier lang. Oh, ha. So, okay. Jetzt haben wir sie schon mal auf uns aufmerksam gemacht. Jetzt sollten sie aber eigentlich immer ein bisschen was zeigen. Naja, machen tun sie aber wirklich eigentlich nichts. Wir müssen auch später mal, ich glaube, wenn wir die Stone machen, machen wir mal diese ganzen Strikes. Also diese Missionen, die man sozusagen online zusammenspielen muss. Na toll, die Gefallenen haben bereits Fuß gefasst. So. Die können wir ja alle hier von hinten ausschalten. So, dann gehen wir mal rein. Die Dinger hier sind nur vielleicht ein bisschen gefährlich. Da auf die muss, sollte man vielleicht ein Auge werfen. Also, wenn die gelb sind, sind die halt schon... Also, man sollte sie dann auf jeden Fall nicht unterstützen. Oh, was schönes Blaues. Vielleicht kriegen wir mal einen coolen Helm. Das ist natürlich sehr schön. Wo ist denn der andere? Okay. Okay. Ja, ist ja klar. Alter, hier klebt ja überall noch dieses Moos hier drüber und so. Sehr schön. Also, das ist das Archiv. Eine unterirdisch angelegte Kammer. Unglaublich. Das Archiv hat teilweise noch Energie. So, und jetzt werden gleich bestimmt... Unmassen... Dr. Shim, bitte Sicherheitsfreigabe-Code eingeben. Dr. Shim? Egal. Sehen wir uns das Terminal da vorne an. Dieser Ort ist erstaunlich. Er ist größer als die Archive in Alt-Akra. Ja, ich werde jetzt ganz bestimmt wieder gleich... Er wird das hier mal machen. Braucht 10 Minuten. Und wir müssen hier 10 Minuten... Massen von Feinden angreifen. Und wir müssen Analysen korrelieren. Wie höflich. Mal sehen, was Sie haben. Dr. Shim, eine Sicherheitsverletzung. Es gibt Eindringlinge. Protokoll 19. Oh, Kacke. Gefallen. Sie müssen uns verfolgt haben. Oh, Mann. Das war jetzt so die gesamte Truppe. Das wäre jetzt schön gewesen. Aber ich schätze mal... Da hinten kommen ja noch mehr. Ja. Oh, okay. Wollt ihr auch mal runterkommen? Oder so? Okay. Okay. So, okay. Hammer dich. Oh, da haben wir den Servietor. Ich schätze mal, hier vorne müssen wir ihn hier, den Geist einsetzen. Alter. Alter. Fischer. Alter. Los, komm, reparier das doch. Oh, wie freundlich. Ja. Großartig. Sie greifen schon wieder an. Ah, großartig. Das macht viel Spaß. Hey, wo müssen wir denn hin? Da oben. Irgendwo. Ah. Nach hinten können wir hoch. So, machen wir erst mal den Servietor fertig. Ach, kommt, Leute. Oh mein Gott, diese Tarnverrichtung. Ey, komm, Geist. Super. Es sind immer noch Gefallene hier. Das hört sich nicht besonders vielversprechend an. Oh, 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 oh. So. Komm, Kinder, das reicht doch jetzt mal. Oh, 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 oh. Oh meine Güte, ey. Diese Kling-Typen nerven. Hier müssen wir hin. Ja. So. Dieses Archiv ist erstaunlich. Wege in andere Galaxien und Karten von einer Wechsunterwelt namens Gläserne Kammer. Hoffentlich kann der Kryptarch etwas damit anfangen. Ich gebe ihm Bescheid. Ja, hoffentlich kann der Kryptarch damit anfangen. Ihr seid jetzt auf jeden Fall mal fertig damit. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall mal zum Marsch. Zum Marsch am Arsch der Welt. Wir werden da dann ein paar Tories machen. Jetzt werden wir aber nochmal, glaube ich, zurückfliegen. Zum Turm, meine ich. Und ein paar Engramme abgeben und so. Schauen wir mal. So. Erstmal, was können wir hier machen? Das ist ein Impulsgewehr. Das ist doof. Okay, das ist besser. Ähm, das ist auch schlechter. Okay. Und bei den ganzen Dingern, da können wir über rechte Verwissete Optik... Keine Ahnung, ich probiere jetzt einfach mal das Zielfernrohr aus. Keine Ahnung, ob das besser ist, kann sein. Muss aber nicht. So, fliegen wir jetzt mal zum Dürmchen. Da müssen wir auch nochmal irgendwie was machen oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr was. Und hier müssen wir bald das da anfangen. Da mache ich jetzt auch mal die Suche, glaube ich, erstmal weg von... Dass hier Dunkelheit lauert ist halt, ne? Ja, die packe ich jetzt erstmal weg. Dann mache ich die lieber hier auf Lehre Meister und... Legende der Warlocks. Okay. Dann würde ich sagen, können wir jetzt nochmal zum Turm zurück. Beenden dort die Folge und dann... ...würden wir in der nächsten Folge dann aber auf jeden Fall zum Mars fliegen. Und uns da dann ein paar Sachen holen, auf jeden Fall. Und uns da dann ein paar Sachen holen, auf jeden Fall. Und uns da dann ein paar Sachen holen, auf jeden Fall. Abzugleichen. Und vielleicht können wir dann auch mal da hier hinten beim Hangar mal vorbeischauen. Weil ich meine, da gibt es auch noch ein paar... ...Dinge, die wir uns da nicht angeschaut haben. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Hangar. Und schauen da mal vorbei. Und zwar gibt es ja einmal hier diese Shops. Diese Übertragung wird streng überrascht. Vorhut, Quartier, Bart. Wir sind für dich da. Okay. Also dafür wollen wir uns einfach nur Geld. Okay, dann gibt es einmal hier die mit Tempo. Und die Dinger hier können wir auch noch kaufen. Okay. Und grüß dich, Hüter. Kann der hier was nötigen. So. Dann gibt es auch hier, auf Transpongen zugreifen. Angereien. Sterling, Schatz. 160. Ist das der beste? Ja, 160. Ist anscheinend das schnellste. Das, wenn du in der Luft bist, um meine Rollstuhl zu lösen und... Okay. Die habe ich aber doch schon, die frohe Hupe. Habe ich mir dafür jetzt ganz viele ins Inventar gepackt oder was? Oh. Habe ich. Gut. Die sollen wir vielleicht alle mal wegpacken. So, wo holen wir die Dings hier? Dann haben wir hier noch Schiffe. Alter, dafür gibt es ja auch einen Haufen gefunden. Blablabla, Prämia und... Kaufen, 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 kaufen. Okay. Du brauchst ein Schiff? Ja, ich hätte gerne diesen legendären Schlitten. Wo kriegt man den? Wenn das jemand weiß, schreibt es in die Kommentare, wie man dieses legendäre Flugzeug da holen kann. Wer bist du? Oh. Das kostet was. Toter Orbit. Gruppenabzeichen. Mhm. Okay. Also das ist auch so ein Shop. Keine Ahnung. Es gibt irgendwie unterschiedliche Shop-Arten, die irgendwie unterschiedliche Sachen können. Diese Gessen und so ein Quatsch. Musik abspielen? Jo. Jo. Aha. Aha. Jo. Okay. Können die hier was? Nö. So. Dann gucken wir uns mal hier die Gesten an. Was ist das? Ja. Geste. Nö. 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 Hinweis. NLS-Vorräte sind auf Maximum. Okay. Hier ist irgendwie nix los. Ne? Achso. Kann man sagen. Kann man jetzt wieder Musik anmachen. Alles klar. Ist das hier vorne in den Shop? Nö. Naja. Okay. Ich würde sagen, das wär's dann auch glaube ich schon mal von dieser Folge Destiny. Wenn euch die Freude gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Like da. Ansonsten sehen wir uns dann hier beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Ciao.